Was ist los? Warum ist das Licht aus? Hast du eine Taschenlampe? Ja, warte mal kurz. Ich hole sie gerade raus. Ich hab sie. Was ist? Guck mal an die Tafel. Slender, was ist gekommen? Wow, ich muss hier weg. Was hängt denn da? Can't one? Egal, nehm ich mal mit. Scheiße, das war Slender. Weg hier. Am besten gehe ich nach unten. Da ist ja noch ein Zettel. Was steht denn da drauf? He's behind you? Moment mal. Wow. Nicht schon wieder. Oh mein Gott. Doch lieber hoch. Schon wieder eine Seite? Ich glaub, das ist die dritte. Why? 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 Why me? ? Oh my God. Oh. 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 mal gucken was hier ist vielleicht ist ja eine Tür auf mal gucken Mist verschlossen da hängt ja noch eine Seite Slender is coming lieber weg Mann ich glaube ich gehe in diesen Flur da ist ja noch eine Seite Moment mal gut diesmal nicht Puh Mann noch mehr Stufen Puh 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 das könnte ich jetzt gut gebrauchen etwas Hilfe Ich glaube, ich nehme diesen Flur. Da ist ja noch ein Zettel. Hm. No, 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 no. Was kann das bedeuten? Hm. Hm. Am besten gehe ich den Turm hoch. Gehe ich rechts oder gehe ich links? Hm. Hm. Am besten gehe ich links. Hm. Hm. Man, noch mehr Treppen. Puh. Hm. 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 einmal hoch? Hm. Naja. Das muss ja wohl die Uhr von innen sein. Ziemlich groß. Eine Treppe muss ich noch hoch. Da ist ja der letzte Zettel. Leave me alone. Ich sehe die Le��서. Sch킨 oder Kline? Untertitelung des ZDF, 2020